vielleicht nein ich wollte kein screenshot machen jetzt hängt das spiel kurz ich will keine screenshots lasst mich doch einfach in ruhe so dieses helle wie heißt das sandbank oder ist es so ein fisch ding fischgründer gibt es einen in der nähe von der küste ne das ist immer alles so weit der wäre in der nähe das bringt mir nix für für die zug anbindung hier wäre eh nur aber es passt halt von der reichweite musste das noch alles terraformen obwohl das schon lustig wäre das mal mit einem zug ranzutransportieren ist halt blöd dass man diesen fischgründen einfach nix die nehmen passagiere an aber ich glaube auch nicht dass die dadurch vielleicht mehr dings kriegen ich glaube ich muss trotzdem mal oder hier oben noch einen zweiten zug einstellen der hier hoch fährt und dieses zeug verteilt das ist halt irgendwie blöd so ein bisschen auch wenn er jetzt ja sowieso nicht ganz voll wird hier unten das mit dem das klappt auch nicht so wirklich düngemittel und fahrzeuge könnten die noch gebrauchen so wo ist denn mein verpackungszug achso der kommt gerade an der kommt gerade an und dann damit hätten sie wieder hier was zum einladen 100% und fertig na gut ähm so das ist eigentlich jetzt hier relativ ausgereizt würde ich mal sagen dann hätten wir eigentlich jetzt nur noch für landwirtschaftliche betriebsmittel den hier wie man das noch ein bisschen so da braucht düngemittel biomasse haben wir eigentlich schon relativ gesehen biomasse ist eigentlich das torfmoor und da hatten wir ja nix ja ich könnte auch industrien selber starten das ist natürlich richtig falls du das in die kommentare schreiben möchtest aber irgendwie das ist alles so weit der hier wäre am ehesten noch realistisch mit einem schiff aber hier hinten ist ja auch noch gar keine wirtschaft groß etabliert das ist doch alles hier noch personenverkehr ja außerdem muss man dann hier auch wieder einen bahnhof hinbauen und dann ist das eh schon hier alles schon total chaotisch mittlerweile hier die stelle das macht eigentlich die offene festplatte 241 giga noch frei wir sind bei drei stunden 38 na gut irgendwann muss ich eh mal hier hinter bauen aber ja natürlich auch blöd dass das hier dieses ganze gebirge im weg ist du musst erst mal haufen schienen bauen oder was macht denn noch biomasse zuckerraffinerie die brauchen zuckerrüben das haben wir doch bestimmt hier irgendwo oder hier da hätten wir schon mal zuckerrüben jetzt müssen wir noch eine zuckerraffinerie hier auf der insel haben betten dort unten wäre eine dort oben wäre eine und wir hätten auch zuckerrüben die würden auch nahrungsmittel herstellen die nahrungsmittel könnte man hierhin schaffen zum beispiel da wären zuckerrüben die könnte man dann gleich hier hinbringen wobei natürlich ja blöd ist wir wissen das jetzt an das netz anbinden na gut man könnte irgendwie ah dazu ist dieses komische ölsand bergwerk hier am weg egal wir bauen es trotzdem erstmal anzahl gleise vier bahnsteigelänge sieben mal so ein stück nach hinten eingeragt ich hätte es noch ein stück weiter unten damit ich einfach an diesem ölsand ding besser vorbeikomme die kopfhörer tun langsam auch weh nach der vier stunden marke aber ich weiß nicht ob das die festplatte hergibt bei 22 giga wir werden auf jeden fall wieder bis ende november die folgen haben sweet transit da ist ja die aufnahme noch so ein bisschen da ist erst bis Mitte november irgendwie so zack dann muss ich noch was zu essen machen da gibt es dann einfach noch ich hatte ja noch ein germknödel ich hatte das glaube ich schon mal in irgendeiner aufnahme erwähnt glaube ich den werde ich mal einfach machen so hier müssen wir jetzt eine brücke wieder drüber bauen so ein richtig schön leckerer germy germknödel könnte eine figur oder in irgendeinem in irgendeinem trickfilm oder irgendeiner animationsserie sein germy germknödel und es ist dann so richtig so vorurteil mäßig so ein fetter runder typ einfach wenn das in der schule wenn das in der schule spielen würde wäre das halt noch irgendwie halt so ein fetter mit brille und so übelst runden gesicht so ne also so würde ich mir das vorstellen wenn es das gäbe ja gut ich habe jetzt selber auch nicht so die model maße aber daher kann ich mir das erlauben diesen kleinen witz am besten so ein fetter der aber fett ist aber auch dafür schlau und dann aber immer die leute so die mitschüler immer aus der scheiße reitet aus der scheiße zieht so ungefähr und sich dadurch respekt holen so einer müsste das sein so wenn die jetzt hier zuckerrüben haben muss ich glaube ich am ende wahrscheinlich den bahnhof dann noch weiter ausbauen aber ich könnte zumindest jetzt hier schon mal was fahren lassen mit zuckerrüben die das dort unten hinbringen damit das hier schon mal los geht das alles relativ kompakt hier na gut ich könnte tatsächlich würde ja gehen hier noch was rein stellen einfach und das dann so ankellen ach ne warte mal muss ich eigentlich gar nicht muss es doch einfach so machen obwohl so könnten die züge dann würde das gehen so könnte er raus fahren und dann aber trotzdem ne das würde gar keinen sinn machen ne so könnten die zb von hier oben parallel raus fahren muss ja trotzdem egal ich lasse das jetzt so so da hätten wir da schon mal zuckerrüben das müssen wir jetzt noch zuordnen einmal hier ryan germi gern knödel ja das wäre definitiv ne serie tja wie mache ich das jetzt mit dem hier ich bin da fast schon geneigt dass da einfach äh lkws hinfahren weil ich muss im prinzip von hier oben jetzt hier runter und die frage ist wie soll das gehen hm oder ich müsste einfach hier oben im gleis und das dann irgendwie so wie exklusiv so fahr du erstmal zurück wir machen das einfach so ach so kriegt der eigentlich überhaupt hier irgendwelche boni ne ne hat der auch nie das fehlt dem sogar noch so zweites gleis dann kriegt er das obere gleis der hat dann halt ja leider ne scharfe kurve aber das kann ich jetzt auch nicht ändern und das führt ihn dann halt direkt ach so warte mal ich kann jetzt einfach hier so machen ach so der muss ja auch wieder zurück kommen äh da ist es wahrscheinlich doch sinnvoller wenn ich das dort vorne gleich anflansche dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020